Ich zeige euch heute einmal, wie man einen richtigen Gürtel bildet. Dafür braucht ihr die Hälfte von eurem Gürtel. Diese Mitte legt ihr jetzt einmal auf den Bauch drauf. Und hinten wird der Gürtel einmal überkreuzt. Ich nehme die beiden Enden wieder mit nach vorne. Und das sind jetzt meine beiden Schlangen. Eine Schlange lege ich auf die andere oben drauf. Und die untere hier, die schnift jetzt einmal ein. Die obere, die klettert gleich hier einmal von unten durch. Einmal hier durch. Ich ziehe die beiden Schlangen einmal fest. Die untere schnift immer noch. Und die obere, die lege ich jetzt einmal oben drauf. Und die klettert jetzt einmal wieder von unten durch das Loch hier durch. Jetzt ziehe ich noch einmal fest. Und dann habt ihr euren Gürtel richtig gebunden.